Mein persönliches Ziel ist natürlich, mich so gut in die Möglichkeit in die Mannschaft zu integrieren, einzubringen und Erfolg zu haben. Wie gesagt, schon der Frage zuvor an der Mannschaft ist erfolgreich gegenüber dem Persönlichen. Trotz alledem versuchen wir natürlich jedes Spiel mitzunehmen, die Erfahrung, den Spaß, das Niveau und als Mannschaft der Erfolg versuchen wir einfach so gut wie möglich abzuschneiden. Jedes Spiel versuchen zu gewinnen, jedes Spiel anzugehen, als wäre es das Nächste und das Letzte und dadurch sehen wir dann die Wettbekommen. Ich als Innenverteidiger schieße ab und zu mal Tore und als 18-jähriger beim ersten Oberligaspiel habe ich damals in Marburg für den KSV Wenghagen gespielt und habe das Entscheidende 3-2 geschossen, wobei Marburg dann leider abgestiegen ist und wir haben die Klasse gehalten. Als Spieler erleben, das ist schwierig zu sagen. Der Aufstieg jetzt mit Rot-Weiß war schon sehr hervorragend und sehr schön gewesen. So was nimmt man immer wieder gerne mit. Wenn es dieses Jahr so weit kommen sollte, ist es schön. Ansonsten finde ich immer wichtig, dass der Spaß oben bleibt. Den größten möglichen Erfolg!